seid gegrüßt liebe leute ich bin's christoph von replay heute melde ich mich bei euch mit einem buch das ich jetzt hier schon in der hand hatte habe ich als ebook gelesen der geheimbund von daniel silva ist ein bisschen komisch wie ich an diesem buch geraten bin erstmal danke ich dem harper collins verlag dass ich es hier als ebook rezensionsexte platz zur verfügung gestellt bekommen habe ich bin schon seit vielen jahren immer so ein freund von vatikan roman und religiös angehauchten geschichten aber habe im letzten jahr nicht viel gefunden und nicht gelesen und daniel silva hier der ist offenbar in der richtung sehr bekannt denn das ist teil 20 einer reihe von dieser genannten gabriel reihe die ich nicht auf dem schirm hatte und ich habe auch gar nicht gewusst dass es 20 ist hatte schon arge befürchtung aber man kann das wirklich gut auch so für sich lesen auch wenn es der zwanzigste teil ist das ganze ist wie ich schon gerade erwähnt habe im harper collins verlag erschienen das ebook kostet 10 99 das taschenbuch oder paperback 16 euro des paperback hat 448 seiten und wie gesagt war per collins verlag erschienen ich lese jetzt erstmal weg also dieser gabriel allein über den es sich hier in dieser reihe dreht ist israelischer geheimagent und ist im laufe der jahre jetzt hier in der zwanzigsten der aufgabe mittlerweile auch schon direktor des israelischen geheimdienst ist war in europa total gut vernetzt oder auch in der ganzen welt und während eines aufenthalts in venedig erfährte wie alle anderen menschen auf der welt aus dem fernsehen dass der papst tot ist herzinfarkt weg natürlich geht sofort das ganze wimborium im vatikan los mit segelring zerschlagen denkt man aber da steht drin das macht man eigentlich auch schon seit einiger zeit nicht mehr und das konklave wird vorbereitet und so weiter sofort und gabriel wird von einem alten freund luigi donati kontaktiert dieser luigi donati ist der oder war der privatsekretär des verstorbenen papstes und der kommt zu gabriel und ja offenbart ihm so dass er so ein bisschen komisches gefühl hat bei dem tod des papstes und er eigentlich nicht glaubt dass er an einem herzinfarkt gestorben ist da gibt es einige mysteriöse dinge und ganz aktuell und ganz mit fakten hinterher fast schon ja nimmt fakten natürlich auch nicht aber die geschichte nimmt natürlich dann an fahrt auf als dann auch noch der schweizer gardist von einem tag auf dem anderen verschwunden ist der vor der papst sagen wir vor den räumlichkeiten des papstes privaträumlichkeiten wahrgehalten hat so beginnt hier diese ganze geschichte rund um diese papsttod und die vorbereitung des neupar mit vielen intrigen im vatikan gemeinen und bösen verschwörungen und dann geht es auch noch um eine bestimmte sache die die ganze geschichte der kirche ich habe ich auf den kopf stellen könnte aber mehr sage ich dazu nicht ja ihr seht schon das ist so ein richtiger klassischer vatikanroman der da im vatikan teilweise spielt in venedig in florenz in der schweiz und so weiter und so fort und wirklich so ein bisschen was von james bond hat im setting muss man schon sagen oder wir sind bauen oder was weiß ich wie die alle ist in die filme es ist wirklich ein sehr gutes buch das sage ich mal gleich von der anderen weg und ich hatte hat mich auch schon wirklich wieder entflammt für diese ganzen vatikan romane und die geschichten die so rund um wie gesagt so religiöse geschichten spielen und ich war wirklich wirklich sehr begeistert von dem buch es geht auch sehr viel auf aktuelle geeignisse an obwohl alles alle namen erfunden sind auch auf aktuelle politische romane das thema der migration das und ich finde sehr gut dass da die zieler seine eigene meinung damit rein bringt was ja viele schon wieder zu ein stern rezessionen amazon verleitet hat man weiß was das für leute sind wahrscheinlich kommt man die politische einstellung von denen die sowas kritisieren aber dass man nur am rande also wie gesagt der roman ist sehr actionreich geht voll zur sache und ist immer wieder spannend toll erzählt von daniel silber überhaupt nicht langweilig und vom ende anfang bis zum ende wirklich ja eine gute unterhaltung und das ist ja was alle wollen wenn sie ein buch lesen mir hat super gefallen gibt von mir sagen wir nicht ganz fünf sterne weil mittelteil ist so ein ganz klein bisschen mal ein bisschen nicht langweilig aber so eine ganz kleine delle in der in der entwicklung aber vier und einsterne auf jeden fall war ein schöner roman ich werde mich mal um die anderen bücher von daniel silber kümmern habe ich natürlich viel zu tun aber da werde ich nicht von jedem wohnen rezession machen aber ich kann es nur empfehlen super buch der geheimnis plant beim 20 der gabriel lang reihe um den israelischen agenten und mittlerweile geheim direkt direktor des israelischen geheimdienst das war es schon von mir ich danke euch fürs zuschauen und ich hoffe ich habe euch ein bisschen animiert euch dieses buch zu holen und zu lesen dass es nicht auf eurem sup verschimmelt sozusagen ich danke euch noch mal fürs zuschauen schau bis demnächst euer christoph von replay